es war 20 zusammen mit französ und frankreich spielen erst einmal die franzose und jetzt frankreich nicht mal mal defensiv ja gegen frankreich würde ich gegen den weltmeister was und dann kriege ich nicht das fall ja du hast die gegner gedemütigt deswegen kriegst du das fall spielen meinst du darf dann vorhin ja genau ich habe mich getötet diese auch das ist wie notwehr darf nämlich im den auch wohin geht er den anderen fuß du hast zwei jungen da würde der den übelst reinknebeln die spielen auf offensiv gefühlt kann das sein keine ahnung die so hoch aufgerückt waren jetzt beim abstoß nix hier ist noch am boden aber machen ich glaube logis hat sich nicht fallen dass der wurde umgeschossen könnte gut sein war der läuft nicht rein er macht die gegenbewegung mit jahr spielen wir selber an kopf jubel hat er gemacht kippa und weg damit nah wenn er direkt ein weiter fixen ja ich habe nie zu späck gesehen dass er unten rumläuft das sei lahm 10 raus ja perfekt jetzt nicht mehr versteckt dich doch nicht hinterm gegner hoch gefühl steht aber die abwehr jetzt sortierte seitdem dass man die die drei spieler da jetzt drin haben guten nachgegangen auf einmal war ich auch noch da wo wir spielen echt viel über die außen dann irgendwie rein ja genau ist kein fall ja genau ist kein fall Fuß zu kurz. Absatz. Geht doch. Ich wollte eigentlich nach unten. Ah, kein zweiter Mann da. Absatz oder was? Okay. Das war aber dann schon... Auch zart. Solange es nicht streich zart ist? Nee. Grätschen auch viel. Ja. Du sagst es. Dann nur gelb. Der Schiri lässt echt viel durchgehen. Ja. Das ist Salah nicht. Usain Bolt? Ja. Hat aber sehr viel Ähnlichkeit mit ihm. Ja, so gar nicht irgendwie. Der Atari, Usain Bolt nicht. Hautfarbe komplett anders. Na ja, komplett auch nicht. Ja, Usain Bolt ist dunkelhäutig. Salah, er... Ja, so... Er ist angeschoko. Ja, aber ganz, ganz wenig. Fuck, der kommt durch. Fuck, der ist drin. Ja, das ist noch mein Fall. Ja, aber Salah ist auch schnell. Der war... Oh, Pfosten. Das ist ein bisschen... Ja. Alter, geht der am Pfosten, ne? Ja. Vor allem, das wäre... ...ne Flanke gewesen. Daraus ein Kopfball, der reingeht. Das ist ein Kuriosum. Der funktioniert normal nicht. Ja. Hat ja auch nicht funktioniert. Ja. Aber ich denke so, kacke, Pfosten. Aber eigentlich hatte ich auch Pfeilrückzieher oder so gedrückt. Also halt Trickdings dabei. Deswegen ist er am Pfostenkicker. Vielleicht. Ach, das hätte der Torwart in den Händen gehabt. Schön. Dann steppt er halt nochmal, ne? Der Step war halt so unnötig von dem... Ah, egal. Ehe. Spielst du eh nur mit dir selber? Ja, ja, klar. Oh, da hätte ich wieder. Das wäre der vierte Ballkontakt ohne mich gewesen. Abseits? Nicht? Okay. Ganz knapp wohl. Schiri, der hat schon gelb. Schon viel drüber. Ich habe gesehen, dass der da hinläuft. Da dachte ich, ich ziehe noch schnell Van Dijk zur Seite. Ein bisschen wenigstens. So gut, wie es halt eben geht so schnell. Ehe. Der hat... Ah, nee. Ich dachte gerade, der bekommt gelb-rot, aber halbzeit. Und der hatte, glaube ich, auch nicht die gelbe. Und es gab sie auch nicht. Immer noch eine gelbe. Schade. Gibt es dann in der zweiten Hälfte der Uhr plötzlich mal. Schau dir nur schief an. Gibt es gelb. Abseits gelb. Das wäre mal krass. Ich habe dich mal umgenähtet. Ja, ja, mach du mal. Ah. Schade. Ja, gut, aber drei Lacken. Dann steckt nicht gut durch. Blablabla. Blablabla. Ja, ich bin irgendwo drei Kilometer unten. Na, komm. Da pfeift er noch. Ja, die hatten aber Vorteile sogar. Lächerlich. Ja. Boah. Schade. Bist du schon wieder mit dir selber? Ja. Abseits wäre es gewesen. Ich verstehe aber auch mittlerweile, wieso, dass du nur mit dir selber spielst. Warum? Weil ich die Partie echt scheiße bin, im zweiten Pässe geben. Nee. Nee, passt der Ankunft. Nee. äh dann noch feiern wie die Weltmeistertitel der nächste der nicht ankommt er muss sich probieren oh ja nein schick oh den Hälter Hauptsache so einer kommt an naja das war klar dass er ankommt weil die Lücke halt einfach riesig war ja er muss sich schnell spielen naja passt er hey keine Ahnung ich bin im Erklärungsnöte weil meine Pässe heute echt scheiße sind geht er ins Osten nein geht er nicht nein natürlich nicht und er geht sogar rein nicht oh hätte er ihn ins lange Eck gezickelt wäre er drin ja natürlich und dann wäre er nicht so nur es werden wir deswegen zwangsaus gewechselt come on kommt rein die haben gehört wie du nach ihnen gerufen hast also ich bin im abseits na ich hab dich auch gar nicht beobachtet ich war einfach nur fasziniert wie ich überhaupt noch an dem Balltag kam irgendwie mit der Hacke gegen den Gegner geschossen und keine Ahnung was da los war alles ja ja so viel oh den hab ich gesehen was will ich denn tun weißt du selber nicht blabin blabin ja kann ich aber nichts machen ja der war gut gespielt dann am Ende egal wir können auch nochmal ein Tor schießen muss mich nur konzentrieren endlich meine Pässe zu machen boah wie sie halt wieder ewig rumtun boah ist das ein geiles Tor ach so so völlig gestreckt zu weit vorgelegt ja bin ich zu schnell reingelaufen Ja, da wollte ich hin. Diri. Bekommt rot, oder? Gäbe? Hat er schon gehabt? Nee, leider nicht. Er spielt wieder mit sich selbst, hooooh. Schade. Da wolltest du bestimmt hin. Hm. Er hat alle Zeit der Welt. Ja, da ist halt alles offen. Keiner da. Ja. Und mal sehr offensiv, mein Junge. Na ja. Erstmal was trinken, solange die sich wie ein Weltmeister feiern. Ja, der war wichtig. Ja, come on. Ja, der spielt im Gegnerteam. Hat ein Tor gemacht gerade. Ja, blöderweise. Ja, und dann ist man dazwischen und dann sowas. Ja, das war doch beigespielt. Ja, da gewesen. Hätte jetzt zu der Partie gepasst, wenn unserer Instant Rot bekommen hätte. Ja, aber nicht 5V mit Kreis, ne? Ja, nee, aber... Ich glaube, das gab es noch nie, dass es da glattrot gab, 5V mit Kreis. Selbst wenn er letzter Mann ist, glaube ich nicht. Zisch, wir haben es auch weiterhin probiert, ne? Ja, ja. Hat ja schon so oft funktioniert. Geben wir uns gegenseitig blockieren. Allah läuft. Nicht mehr. Ja, wie halt auch keiner irgendwie nachkommt. Schade. Ach, ist vorbei jetzt. Schade. Puh. War deine, oder? Meine. Ja, okay. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt uns was in die Kommentare. Schaut auf meinem grünen Flash vorbei. Und hier sind noch ein paar Videos für euch. Wir sagen Tschau und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.